Die Nachricht vom Tod der berühmten französischen Sängerin Mireille Mathieu schockierte die Unterhaltungsindustrie und löste einen traurigen Moment in den Herzen der Fans auf der ganzen Welt aus. Mireille Mathieu, besser bekannt als «Avignon Spatz», hinterließ ein künstlerisches Erbe und eine Erinnerung an beispielloses Talent und Klasse. Mireille Mathieu wurde am 22. Juli 1946 in der Stadt Avignon geboren und hat eine künstlerische Reise voller Herausforderungen und Erfolge hinter sich. Besonders bekannt ist sie im deutschsprachigen Raum, wo sie den Spitznamen «Avignon Sparrow» erhielt, ein beim Publikum beliebter freundlicher Name. Mireille stand schon in jungen Jahren auf der Bühne und erregte schnell Aufmerksamkeit durch ihre einzigartige Stimme und ihr musikalisches Talent. Mireille Mathieu's Karriere erreichte ihren Höhepunkt in den 1960er und 1970er Jahren, als sie zu einer der berühmtesten internationalen Sängerinnen wurde. Ihre Stimme berührt die Herzen der Zuhörer, mit der Fähigkeit, flexibel zwischen vielen verschiedenen Musikrichtungen zu wechseln. Sie ist berühmt für romantische Balladen wie «La Paloma», «Adieu» und «Mille Colombes», deren Musik melodisch, tiefgründig und eindringlich ist. Mireille Mathieu ist nicht nur ein Musikstar, sondern auch eine kulturelle Ikone und ein Denkmal der französischen Musik. Sie ist auf vielen internationalen Bühnen aufgetreten und wurde mit zahlreichen prestigeträchtigen Preisen geehrt, während sie weltweit erfolgreiche Alben veröffentlichte. Mit einer jahrzehntelangen Karriere hat Mireille Mathieu ihre Klasse und ihr Charisma in der Unterhaltungsbranche unter Beweis gestellt. Die Nachricht vom Tod von Mireille Mathieu an einem traurigen Tag aufgrund eines akuten Herzinfarkts in ihrem Haus hat Fans und Musikliebhaber auf der ganzen Welt in Trauer versetzt. Damit wird ihr ein großer Star entrissen. Aber es entsteht eine Gelegenheit, sich an ihre großen Erfolge und ihren Einfluss in der Musikgeschichte zu erinnern. Mireille Mathieu ist nicht nur eine Künstlerin mit herausragendem Talent, sondern auch eine Frau mit einem mitfühlenden Herzen. Sie nimmt regelmäßig an Wohltätigkeitsaktivitäten teil und beteiligt sich aktiv an sozialen Aktivitäten. Ihre Liebe und ihr Mitgefühl sind mit dem Bild einer Künstlerin verbunden, die nicht nur einen positiven Einfluss auf den Kunstbereich, sondern auch auf die Gemeinschaft hat. Für die Fans wird Mireille Mathieu für immer ein Denkmal, ein Symbol der französischen Musik und eine Frau mit einer ehrlichen Seele sein. Auch wenn sie selbst verstorben ist, wird Mireille Mathieu's Vermächtnis durch ihre Musik und ihre Zuneigung zum Publikum weiter bestehen und für immer in den Herzen derer weiterleben, die Kunst lieben und respektieren. Mireilles Leben und Karriere sind eine Geschichte voller Entbehrungen, Erfolg und Beharrlichkeit und haben einen unauslöschlichen Namen in der Geschichte der Weltmusik geschaffen. Sie wuchs in einer großen Familie auf, in der Musik immer ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens war. Ihre Liebe und Leidenschaft zur Musik manifestierte sich schon in jungen Jahren und sie zeigte schon in ihrer Kindheit außergewöhnliche Gesangsfähigkeiten. Den großen Wendepunkt in Mireille Mathieu's Karriere markierte ein wichtiges Ereignis im April 1969. Die Single, hinter den Kulissen von Paris, Martin, eröffnete ihr vor allem in Deutschland eine neue Welt. Aufgenommen im Areola-Studio in Berlin, belegte dieser Hit schnell Platz 5 der Hit-Charts in Deutschland. Dieser Erfolg markierte nicht nur den Aufstieg von Mireille Mathieu, sondern prägte auch das Format ihrer zukünftigen deutschen Hits. Von diesem entscheidenden Moment an wurde Mireille Mathieu zu einer der berühmtesten ausländischen Künstlerinnen in Deutschland. Sie überwindet weiterhin sprachliche und kulturelle Barrieren und erobert das Publikum mit ihrer charmanten und tiefgründigen Stimme. Das Erlernen deutscher Songtexte durch das Anhören von Katja Epsteins Demos ist ein wichtiger Schritt, um Mireille dabei zu helfen, die Sprache zu verstehen und mit den Fans zu kommunizieren. Das Leben des deutschen Schlagersängers Heino ist reich an Höhen und Tiefen. In diesem Video werden wir einen tieferen Einblick in das tragische Leben dieser Musikikone werfen. Von seinen bescheidenen Anfängen bis zu den Kontroversen und Skandalen, die seinen Ruf erschütterten und seinen tragischen persönlichen Verlust, Heino hat ein bewegtes Leben geführt. Heino mit bürgerlichem Namen Heinz-Georg Kramm wurde am 13. Dezember 1938 in Düsseldorf geboren. Schon in seiner Jugend zeigte er ein großes Interesse an der Musik. Er begann früh Gitarre zu spielen und entwickelte seine Fähigkeiten autodidaktisch. Dieses frühzeitige Interesse für die Musik sollte den Grundstein für seine spätere Karriere legen. In den 60er Jahren trat Heino erstmals in der Öffentlichkeit auf. Seine tiefe, unverkennbare Stimme und sein markantes Aussehen inklusive seiner Sonnenbrille machten ihn sofort zu einem einprägsamen Künstler. Diese Merkmale sollten im Laufe seiner Karriere zu seinem Markenzeichen werden. Es war in dieser Zeit, dass Heino begann, deutsche Volkslieder und traditionelle Lieder neu zu interpretieren. Er verlieh diesen Liedern eine einzigartige Note und machte sich für ein breites Publikum zugänglich. Dabei achtete er darauf, die ursprüngliche Bedeutung und den kulturellen Wert dieser Lieder zu bewahren. Heinos musikalische Reise führte ihn von bescheidenen Anfängen zu einem der bekanntesten Schlagersängern Deutschlands. In den 70er Jahren erlebte er seinen beeindruckenden Aufstieg zum Schlagerkönig. Hier werfen wir einen genaueren Blick auf diesen wichtigen Abschnitt in Heinos Leben. Schon in seiner Jugend hatte Heino eine Leidenschaft für die Musik entwickelt. Er lernte früh Gitarre zu spielen und begann, in kleineren Veranstaltungen aufzutreten. Diese frühen Erfahrungen schärften sein Talent und halfen ihm, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Heinos Durchbruch kam in den 70er Jahren, als er mit seinen Schlagerhits die Charts eroberte. Sein unverkennbares Aussehen mit der charakteristischen Sonnenbrille und seine tiefe, sonore Stimme machten ihn zu einer Ikone des deutschen Schlagers. Sein Erfolg gründete sich auf der Neuinterpretation deutscher Volkslieder und traditioneller Lieder. Heino verlieh diesen Liedern eine zeitgemäße Note und schaffte es, sie einem breiten Publikum näher zu bringen. Sein Markenzeichen war es, die ursprüngliche Bedeutung und den kulturellen Wert dieser Lieder zu bewahren. Heino verband in seiner Musik das Traditionelle mit dem Modernen und das sprach viele Menschen an. Seine Lieder handelten von Heimat, Liebe und dem Leben in Deutschland. Themen, die die Menschen ansprachen und die zu einem Markenzeichen wurden. Mit Hits wie Blau blüht der Enzian und Caramba Carajo ein Whisky eroberte er die Herzen seiner Fans im Sturm. Seine Konzerte waren regelmäßig ausverkauft und er wurde in ganz Deutschland und darüber hinaus bekannt. Heinos Aufstieg zum Schlagerkönig war ein Höhepunkt in seiner Karriere, der durch harte Arbeit und seine einzigartige Interpretation deutscher Musiktraditionen ermöglicht wurde. Doch das Leben sollte noch viele weitere Wendungen für Heino bereithalten, von persönlichen Tragödien bis zu umstrittenen Momenten in seiner Karriere. 1979 heiratete Heino seine langjährige Freundin Hannelore Auersberg. Die beiden bildeten ein enges und liebesvolles Paar. Heinos Frau Hannelore begleitete ihn durch die Höhen und Tiefen seines Lebens und war ihm eine wichtige Stütze in seiner Karriere. Das Ehepaar bekam zwei Kinder, Ute und Petra, die ebenfalls ihr eigenes Leben führen. Die Familie war Heino immer wichtig und er versuchte, seine beruflichen Verpflichtungen mit seinem Familienleben in Einklang zu bringen. Heino, der in der Öffentlichkeit oft als resolut und selbstbewusst auftrat, zeigte sich in seinem persönlichen Leben als liebevoller Ehemann und Vater. Die Familie war ihm ein wichtiger Rückhalt, besonders in Zeiten, in denen die Kontroversen um seine Musik zuigen.